moin moin leute hier ist blaze ich habe für euch einen kleinen tipp also war mir es mal wieder 25 ihr wollt das video nicht mehr sehen beim starten und wisst nicht was ihr tun sollt also bei steam ja es ist jetzt nur steam es gibt viele videos wo man sagt oh ja hier properties und so weiter und so fort eigenschaften ja wir haben aber hier kein ziel ob das jetzt daran liegt ob wir das team haben oder nicht ist ja auch egal ihr geht hier rechts moment der verlegung auf harming simulator dann auf eigenschaften und dann auf gibt ihr diesen tollen text ein ich werde es noch in den kommentaren packen minus skip start videos macht den fertig und dann geht ihr auf play dann startet das und tadala ihr habt das game ohne intro vorführeffekt ne doch nicht startet ich hoffe ich konnte euch helfen euer blaze ciao